guten morgen so erst mal sauerstoff so gut und dann will ich erst mal mit taus lernen also ich glaube wir wollten noch überall fackeln herstellen hierfür für die ganzen räume ich habe mir nicht alles getäuscht und sollte ich jetzt erst noch mal so aber erstmal gucken da erst mal sehr schön so und du hast doch die schilder freigeschaltet kann man dann noch die kisten beschriften durch woche eisen wieder ja ja richtig schön naja aber auch muss 125 ja reicht erstmal müssen sowieso erst mal gucken was man neu was man machen ich habe ja bei den level ab und ich habe ja so glaube ich schon noch punkte zu vergeben ich habe so schon drei punkte aber ich war noch ein bisschen level ab dann habe ich ja wieder sechs punkte und dann schauen wir mal auf was wir sehen dass wir wollten eigentlich auch elektrik so weit wie ich weiß kann sein durch ist dann so und da hause ist ja ein wolf jetzt oh ist der ha hab ein headshot gemacht okay kannst du mit nehmen und halten so was sollte ich jetzt wie ich wüsste wo der liegt ja äh hier zur wasserseite so stein hier ein paar leute stein für stein war bin ich blind lass doch bitte die tür da ist es da ist es halt oben oder unter den jungen finden gehört für mich zur weichschaft dazu da wird gearbeitet die tür auf dass man ein bisschen luft an kommt das ist auch holz so genaue fackeln ich wollte fackeln weiter einbauen und sowas hier boden fackeln hier doch boden fackeln stecker spät und phase also noch stück erstmal hier alles aus filmen muss auch sein naja das aber sehen auch wenn es dunkel ist ja vor allem die flure so das eisen schmilzt so vor sich hin das ist ja schön fangen wir mal unten an schauen wir mal durch gehen wir mal durch hier so hier hinten in der werkstatt haben wir ja überall nicht ausreichend die schränke sind richtig geil aus wirklich still da habe ich aktuell vier aber ich könnte mit veredeltes holz recht noch mehr herrscht ich habe auch veredeltes holz her weiß ich nicht wobei das herbekommen ist gleich der leider geht es nicht sagen wenn ich da dabei bin ich dabei so das haben wir hier das hasen nachher kommt hier noch eine mit hin so perfekt so und dann habe ich da habe ich ja auch ein bisschen so dass die aber ausgeleuchtet sind hier so unten der ganze flur und so ist mal gut ausgelächtet sehr schön jetzt haben wir hier im phasenlager und papa schon hier aber hier bei dem obst die was auch immer da hier sind wo noch 100 und 5 spiegel ja ich will habe ich gar nicht mal in der pack also auch so gut hier hinten habe ich auch erst mal das ausgelächtet und ich erscheint sich so geil aus und wie wird den stein das gefällt ich gut ja so wie sieht es hier aus hier ist das holzlager jama so machen wir das mal so so kommen dass ich so langsam hier überall grenze da noch ansatz genau steinbauern und weiter und ende ja ich gehe da noch ein bisschen stein sammeln gleich wir haben zwar ein bisschen was hier aber ein bisschen gehe ich noch aus den einfachen grund erstens will ich level ab haben ja stelle kurz davor und zweitens braucht man dann sowieso ja das stimmt wenn man braucht so oder so naja wenn wir dings hier machen wollen ja also hier mauern ja ich einmal so gut als die untere etage ist erstmal gut ausgeleuchtet machen wir jetzt in der mitte weiter ich brauche aber erst mal wieder schwefel und stecker und fasern irgendwann wenn wir hier richtig lange richtige lampen haben ja ja das will ich ja auch als auf nächstes mich als nächstes darauf hinarbeiten aber ich weiß ja nur nicht alles genau was wir dafür wirklich alles brauchen deswegen mache ich das erst mal so erst genau ja so erst mal wenn der wende produziert jeder das brauche ich für die fenster nicht verstärkt ich will nicht wollen wir auch haben wie viele stelle sollten erstellen naja ich bin jetzt irgendwie am überlegen wir können noch richtig schränke herstellen ja ob wir hier oben haben wir ja nur kisten ob er das sie erst mal kisten lassen wollen und auch vergleich schränke machen wollen weil schränke haben ja mehr platzweißer der stimmt die schränke haben wir wirklich das was damit schränke mache machen und das hat dann die schränke beschriftet zum beispiel stöcker stein faser leder was auch immer hier oben weißt du im hauptlager hier oben na genau würde ich sagen genau genau das kommt ja auch immer mehr dazu wir finden auch immer mal neue sachen logischerweise und da sind halt beschriftet dass das ein bisschen sortierter ist wie hier bei minecraft wie wir es da bauen sind noch haben im haus weiß da genau als vergleich jetzt so so was wollte ich jetzt was so ich wollte hier so oder natürlich nicht mehr gleich die schränke herstellen EU es wird nie uns zu gucken und kommt von jedem vorlieg jetzt ach ja also ist er dann tun wir noch mal seine erstellen machen wir mal 30 so die wände sind auch schon bald fertig schilder haben jetzt insgesamt sieben stück gut er lasst ja erst mal unten erstmal ja noch so und sei es uns auch fertig durchgeberaten dann ist sie in der mitte auch der firma ausgeleuchtet vernünftig sehe ich auch mal was so und sei es wir warten hier erst wieder aus kohle sparen die zelle brauchen noch ganz kurz so ist auch fertig oder lockern reichen so wie sieht so aus hier oben aber gar nichts eigentlich an beleuchtung nur hier den kamin da werden wir hier oben noch mal zwei fucker mit hinsetzen schwefel holen holen gehen schwefel ist das schon wieder fast alles weg ich habe gesehen wir haben alles gut oben auf dem schlafzimmer und wohnzimmer so die seite ganz fleißig produziert beziehungsweise einer reichte eigentlich zu die kann ich jetzt machen also ich habe dann jetzt insgesamt kann ich jetzt acht stück machen was acht stück schränke wenn du willst und wenn du willst dann gleich beschriften dann gehe ich erst mal wieder ein bisschen erst mal auf die suche nach spät ja ich würde jetzt erst mal gleich kurz hier die wende alles das ist so lange von durch ist als zweifel schwefel 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 aperci 幹et vielleicht keine schlechte idee die falsche bank so viele dänke hier so am bus am bus repariert sieht so geil aus hier wirklich die werkstatt law it law it ok ok Schauen wir mal...schwäfel...schwäfel...schwäfellein... Schwäfel! Schwäfel!